Hi hallo und herzlich willkommen bei POTANANDAS POTCHECK Tag zusammen und Glück auf bei POTANANDAS mit einem Speedcheck für Campinggeschirr und Gaskocher Der Markt für Wander-, Camping- und Auto-Ausrüstung ist unüberschaubar und für jeden Geldbeutel ist was dabei. Ich habe einfaches Zubehör im Homecooking-Verfahren für euch getestet. Geht auch günstig, seht selbst! Also, zunächst mal, es funktioniert. Die Installation einer handelsüblichen Stechkartusche ist, wenn man es noch nie gemacht hat, etwas fummelig. Aber dann doch eigentlich ganz easy und vor allem sicher. Das Campinggeschirr ist für eine Person zweckmäßig. Wasser erhitzen, Tütensuppe aufreißen, umrühren, fertig. Die Kartusche steht mit Topf leidlich stabil. Bei Wind wird's tricky. Die Flamme ist kräftig und es kocht zügig. Nicht unbeaufsichtigt lassen und immer im Freien verwenden. Das Ergebnis? Auch einfaches Zubehör für schmales Geld erfüllt seinen Zweck. Trotzdem wird man schnell den Unterschied zu hochwertigerem Zubehör feststellen. Für ein Campingwochenende für eine Person ist hier aber nichts falsch zu machen. Viel Spaß beim rausgehen und draußen sein, wünscht euer Schwömi von Foteinander. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020